Hallo Leute und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy The Crystal Chronicles The Crystal Beerus. Diesmal in vollem Announcement. Und wir werden uns jetzt heute in den Zug begeben und Richtung Hauptstadt gehen. Und yeah, jetzt muss ich mal gucken. Die gehen nicht auf. Das heißt, unsere Mitfragsgegenheit haben sie hier. Die gehen nicht auf. Hallo, kann ich dich mit? Es ist lange, Leil. Wie Sie wissen, mein Name? Ich habe es geschrieben, auf einem Poster Willen. Sie sind sicher, dass Sie in der Kapitel gehen wollen? Sie werden nicht verletzt? Ich versuchte einen Freund, dass ich ihn dort treffen würde. Also, ja, ich bin sicher. Diese Trennung ist durch die Gille, also sollte es sicher sein. Wenn ich in der Kapitel, werde ich ihn einfach mit dem Publikum. Sie nehmen, die Sie in der Kapitel zu lassen. Sie sind sehr noble. Haha, ich habe nicht gedacht, dass ich ein Kompliment hätte. Ich bin einfach in den Gefahren. Das ist alles. Also, es gibt einige Punkte, die ich muss aufzetteln. Leil. Du bist ein Beerer-Power. Was ist das genau? Es ist wirklich nicht etwas, was ich casual zeigen. Aber... Huh. Wir haben einfach ein wenig Zeit bekommen. Nicht schlecht für ein Hunk von Jungen. Leil. Nächste Zeit, ich muss dich etwas fragen. Ich werde dich in der Kapitel sehen. Hey Leil. Du bist wieder in dein Kopf, was du? Hm? Wir haben noch noch nicht in der Kapitel. Was ist passiert? Warum bist du auf der Straße? Das ist nichts von deinem Wissen. Jetzt sag mir, was ist das alles? Wir bekommen ein Report, dass der Fugitiv Crystal-Behrer auf der Straße ist. War es Vigali? Nein, kann nicht sein. Oh, Belle, dieser Selke-Brat. Wenn die Reporten richtig sind, ist es hier nicht sicher. Bitte, nicht diese Bereich. Papa! Was ist das jetzt? Detain the silky woman on site. May I ask why? She's in league with a bearer. She's in league with a bearer. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis es weg guckt. Oh! Ja, verdammt. Mami, ich hatte einen Maggiwagen in den Weg. Okay, wenn er sich umdreht, müssen wir los. Okay. 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 Prampt! Wollt eigentlich den Fußball, nicht den Kleinen! Schuss! 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 Genau das passiert nämlich, wenn man den Kleinen durch die Gegend wirft! Ich verliere wieder unnötig Punkte! Ich hasse das! Ich wollte doch nur den scheiß Ball haben! Schuss! 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 Ich habe ihn ja gerne gemacht. Oh je. Aufwuchs nach vorne. Ich habe ihn ja gerne gemacht. 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 Ich habe das dritte Mal nicht gekriegt. Perfekt Schleicher. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ja. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gerne gemacht. Wir haben das zu clever geschafft. Leider nicht perfectly. Was ein bisschen schade ist. Denn ich tue das gerne perfectly abschließen. Oh, ja, Muggles! Muggles sind die Besten. So, was gibt's hier Schönes? Das ist ein Kistchen. Kapselfigur. So, ist das dafür nichts Neues? Ähm... weiß! Wie ich weiß, gibt es hier auch noch Kisten, die man holen kann. Oh, eine Kiste, wo ich nicht Fußschmerzen kriege. Ah! Ah jetzt. Blöhnt die, blöhnt die, blöhnt die. Blöhnt die, blöhnt, blöhnt die. っ Das war's. Ja. Ich weiß nicht, dass wir irgendwelche Merkmale haben. So, ich hab noch zwei Lausberger zu finden, ja? Und gucken und nichts auslassen. So, ich hab noch zwei Lausberger. So, ich hab noch zwei Lausberger. Ich weiß jetzt gar nicht davon. Oh Gott, wir haben zu viel Zeit gebraucht. Verdammt. Oh Gott, dass du hier bist. So, ich hab noch zwei Lausberger. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, dann machen wir doch mal rein Oh, dann machen wir doch mal rein Oh, dann machen wir doch mal rein Oh, Muggie! Sind wir in den Kumpel mit? Nein. Schau. Ah, so muss ich vielleicht wieder kommen. Oh, Muggie! Oh, Muggie! Oh, Muggie! Oh, Muggie! So, Rangie eingehen! Oh, Muggie! 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 So, dann sind wir jetzt schön in der Hauptstadt angekommen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sind uns dann im nächsten Wort wieder. Bis dahin, ciao! Oh, Muggie!